Na, du kannst das aber. Du kannst das. Ja, wie toll. Eine Stiege geschafft. Bravo. Noch eine. Ja, und ihr Zuschauer, wisst ihr doch. Doch, du kannst das. Ja, fein. Ja, bravo. Oh. Na, guck, Lilly. Komm, Mama, hilf dir. Komm da entgegen. Komm her. Fein. Und eine Stiege. Eine Stiege. Komm her. Schau. Komm her. Ja, fein. Na, fein. Na, komm. Ja, ja, du hättest. Ihr habt halt Angst. Ihr versteht das nicht. Ja, komm her. Ja. Emi, die fürcht sie halt. Die wisst du schon. Emi, dann hilf dir, bevor sie käme. Du bist ganz los. Komm, Schatzi. Komm. Emi. Fein. Genau, Emi, jetzt wieder redurt. Ich weiß nicht, was los ist. Komm. Komm weg von den Stiegen. Weg zurück. Roxy geht sowieso zurück. Das ist gefährlich. Stiegen für dich. Na, komm. Lili. 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 Na, komm. Du schaffst das. Du schaffst das. Ich weiß nicht. Von dir. Der Frucht. Lili. Emi, geh raus. Geh raus jetzt. Fein. 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 Bravo. Ja, fein. Super. Emi, weiter. Ja. Mach sie weiter. Emi. 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 So, was macht das, bitte? Da alleine? Das ist pfuhl. Ja, das ist ja völlig wurscht. Pfuhl oder nicht pfuhl. Das bitte bleibt unten. So, lasst sie ins Pfuhl. Nein. Emi, komm rein. Roxy, nein. Das ist gefährlich. Die Stiegen sind nichts für dich. So, habe ich noch. Von dir, da komme ich eine Gariertze. Schwer raus. So. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.